So Leute, neues Video, 60 Euro hier rein, nur Tisona, für Tisona Fans, kein schlechter Lauf, seht selber, ich möchte nicht spoilern und ansonsten, ihr wisst selber, ich erwähne es jedes Mal, das Spiel ist nicht mehr, was es war, übrigens, das Video ist jetzt dann wirklich nach dem zweiten Lockdown, ich habe acht Monate lang nicht gezockt, schon krass, es geht, wenn man will, vor allem, wenn es gar nicht geht, dann denkt man gar nicht dran, das ist echt interessant, also, naja, viel Spaß mit dem Video, lasst euch davon nicht anfixen, läuft nicht mal so, mehr kann ich dazu nicht sagen, ciao. Ich war einfach mal locker hochgedrückt, war auf 84, war einfach weitergedrückt. Ich gehe geradeaus hoch, ohne einmal runter zu fallen, 65 Cent, das ist ja das Halter. von 60 Cent, krass. So, jetzt gab es mit vier Wappen gleich mal Beispiele direkt danach. Schwerter gibt es bis jetzt auch einige, aber mal gucken. Ganz sicher gleich ändern. Na ja, nur noch acht Spiele. Sieben Spiele noch, also, regulär. Jetzt Gold, drei Spiele, fast zwei Mal Schwert, wo es vorrutscht. Aber. So, und vorbei. So, und vorbei. Okay. Und vorbei. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Und verlängert. Gleich gibt es Pause. Gerade waren die Schwerte auch so. Aber kam keine mehr. Ja. Wieder so. Dann war jetzt zwei, haut er doch eigentlich immer einen rein, wenn man ihn nicht braucht. Immer. Zwei bis ein Viertel, äh fünftes. Schon ein paar Mal. Na schauen. Und jetzt wieder fünftes? Nein. Ja, fünf Burgen gab es schon. Trennen. Oh, noch einer. Noch einer. Ja. Ja. Ja, wir kommen weiter. Gleich Pause. So, hier haben wir schon auf 300 gedrückt. 280 raus. Na ja. Viele Spiele, keine Schörter. Oder falsch. Falsch positioniert. So, acht mal. Aua. Da war drin. So. Lol. Weiter geht's. Ja, immerhin etwas. Da müssen wir mal rausbuchen. Spiele gegen die Pause. Jetzt kommt noch ein Rennen. Ach, Kacke. So, gleich geht's weiter. Ja, ja. Ja, ja. Das sind keine welche. Bei der Hunde, der in dem Schrank hat. Ja, das ist auch nicht schlecht. Ja, das ist auch nicht schlecht. Neugst du ein bisschen was. Ja. Ja. Machte so weiter wie vorher. Zweites und fünfters. Ja. Aber leider haut er keine weitere. Oh. Oh, das ist gut. Sehr gut. Das ist gut. Hm. Ah, der zweite hier. Oh nein, ja. Vielleicht verlängere er nochmal. Das wär's. Glaub ich nicht. Glaub ich nicht. Na komm, noch ein. Ein goldenes hast du doch. Ja. Ist ja schön. Mal nebeneinander. Ja. Das ist irgendwie so typisch. Wenn zwei Stück nebeneinander sind, kommt meistens nur noch... Kleinkram. So, wie viel sind's denn noch? Elf Spiele? Zähle ich richtig? Nur noch 10. Plus 1. 1. 1. 2. 1. Und jetzt auf der fünften wieder. Nein. 1. 2. 1. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 3. 4. 4. 5. 2. 4. 5. 5. 6. 6. 8. 9. Das macht spannend, ne? Naja, eigentlich auch nicht. Oder doch? Letztes Spiel. Leider nicht. Jetzt haut er bestimmt noch ein. Oder? Nein. Wieder 300. Na, das darf auch mal sein. Bis zum nächsten Mal.